hey there Sunhaven is an early access which means not all game content is currently available and some content will be buggy you can report the bugs I got it ja und damit Halli Hallöchen und herzlich willkommen um 6 Uhr morgens zu einem neuen Let's Play wir spielen Sunhaven ja es ist 6 Uhr morgens habe ich gesagt und ja es liegt daran dass wir das jetzt spielen sogar noch vor meiner Arbeit weil ich es einfach spielen will es kam halt mitten in der Nacht raus und ich wollte das heute halt einfach mal spielen so Musik ich mache das ganze mal ein bisschen lauter weil das ist irgendwie gerade unheimlich leise den Rest lasse ich einfach mal so und ja Sunhaven ist ein Spiel so ähnlich wie Stardew Valley nur halt in einer etwas naja wie man schon oben sieht so ein Drache und sowas in so einer magischeren Zauberwelt ich bin sehr gespannt und wir drücken jetzt einfach mal Play wa Play äh Singleplayer äh neuer Charakter so was haben wir denn hier Rasse ok wir sind Mensch Elf Dämon Angel Am Amari Amari Elemental Kehle Kehle Ich glaube Ich glaube ganz ehrlich wir sind komplett straight einfach mal ein Hooman So das sind wir Unsere Farbe ist eigentlich vollkommen gut Unsere Friese ist Unsere Friese ist so und dann äh 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 in schwarz kommen wir Unsere Augen ja Augen haben wir definitiv auch Ein Rot weil wir weil wir weil wir ein böser Mensch sind oder so keine Ahnung so Das sind wir wieder So und Schnauzer können wir auch haben Wobei der Schnauzer ja auch einfach super ist da So wir nehmen glaube ich ganz standard den hier Ein Kleid Ne Ach eigentlich bin ich schon ziemlich zufrieden mit dem mit dem Hoodie Na ich will kein rosa Schlüpper Ich bin schon zufrieden eigentlich damit Ok da kann wir nix machen wegen Schwanz und sowas ne Confirm Los geht's Sorry to bother But is this a seat seat taken Es ist leider auf englisch also ihr werdet mein absolut wunderschönes äh Englisch hören So You are not going to Sunhaven are you Yes I am Really I suppose that will make us neighbors then Well my name is Lin What's yours Case I wish I had a more interesting name like yours May I ask you something case I was wondering if I if you have heard the same rumors I have People they say they are monsters all over this area Have you heard anything like that Ehhh Ja hab ich sogar gehört You sound worried Should I be worried too Denk für dich selber Entschuldigung I am so sorry I didn't mean to ruin the conversation I am sure Sunhaven is safe and sound Oh look out the window there is a shooting star make a wish quick Wish for romance Wish for witches Witch for adventure Okay Wir können uns jetzt irgendetwas wünschen Ich weiß nicht Ich vermute das hat Einfluss aufs Spiel Ähm Wir wünschen uns eine geile Romanze Reich zu sein Ein Abenteuer Ein geiles Abenteuer Oder einfach den Frieden Das ist aber langweilig Deswegen Da wir die ganze Zeit Iris vor uns haben Wünschen wir uns einfach eine geile Romanze Romanze keep safe He is hoping our wishes come true It only like we are coming in to the station now Oh gosh I am nervous But we don't have to keep Sunhaven waiting Wir kommen wo gerade an Oh voll cool Ah cool mit den Drachen There you are I was just starting to worry I am very happy to welcome you both to Sunhaven I am Lucia The Archmage of Sunhaven And allow me to introduce Nathan Nathan The captain of the town guard Glad to meet you travelers You came at a good time Sunhavens Never be safe Listen I am expecting to see the work you do with Solon And your case You know I wasn't sure I'd ever see this land farming again I can't wait to see What it took like after you put a little hard work into it Nathan 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 And I Give most of you waiting hours to Sunhaven Our propose is to Guide this town Forward Including its citizens I just want the two of you to know that we are here for you if you need anything Truly Don't hesitate to seek us out A lot of you nightboss will say the same thing too All of you All of us in Sunhaven are very familiar with each other People stick around here for a reason You will find a reason to stay here too I bet Oh Die Bürgermeisterin Was There is much for you to do here I am getting exciting thinking about it all Nathan When do you think your new nightmare should visit the Sundragon I am not sure but maybe they should at least see their beds first Oh of course you are right I am getting ahead of myself Caste Why don't I accompany you to your new home Then I will show you to your house We have you set up near the quarry Come follow me Oh It was very nice to meet you Caste Place your house anywhere Okay Yeah Sell items Craft table Okay we can Unser house Hi Snaccoon Gosh Is this our one hungry boy Ach so then Can we do something with something Okay Ah ja Jetzt können wir hier irgendwo unser Haus hinsetzen Da oben zufällig Nein Okay Ist egal wo Okay 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 Ja wo möchte ich denn mein Haus hin haben Ich möchte mein Haus Sollen wir unser Haus in die Mitte machen Direkt beim See oder Direkt beim See wäre eigentlich voll schön oder Hier Are you sure you want to place your home here It can not change to the other place Ja confirm Direkt beim See ist geil Wie denn ne neue Warum hat denn die so ne Oberweite Knock 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 Look at you Up and at him already You're all really committed to this farming gig Huh That's great That's great really great Say I can't help but notice that you don't have any tools You can't have a farm without tools right Don't worry my friend I happen to see Sunhaven's most disgusting merch I can't get you all set up What do you want What do you say Here you go Here you go One beginner's tool set Thank you Thank you They have my Geld abgeknirped I thought they should give me that Why don't they give me that Why don't they give me that Home sweet home Tear the ground by left clicking the grass Okay Stirb 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 Achso das war auch so Oh god oh god Da muss ich jetzt erstmal selbst gucken Was ist das? Achso weed seed Kann ich das eigentlich verschieben? Nein kann ich nicht Man kennt erstmal alles sauber machen Ich glaube ich werde aber erstmal hier ganz standard neben uns machen Ich weiß nicht ob dieses ganze kleine Gras auch wecken muss ich mach es einfach mal mit weg Wir müssen die Musik definitiv höher drehen Allgemein der ganze Sound müsste ein bisschen höher So Guck mal direkt neben uns Wie viel haben wir? 15 Eins Zwei Drei Vier Ja das ist Fünf Oh ich habe was gefunden Keine Ahnung was Irgendwas Leckerli Bonbonpapier Ich weiß es nicht Tuck Zack 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 Wir haben ja noch Beginnertool ne Also ich vermute mal Vielleicht können wir irgendwann So wie sehr kann ich aussahmen So Water the tilt ground by left clicking the watercan sehr gut vielleicht muss ich okay ich muss muss schon in der nähe stehen das gute weed oder erstmal weed auf anbauen so läuft es halt in sunhaven da ohne weed kommst du hier nicht weit your water can is empty left click it on a water source hat schon geklappt oder ich bin mir jetzt gar nicht so sicher lockt wir sollen noch locken nach dem baum da mag ich aber ich glaube wir bereiten uns dann erstmal nach hier aus ok mit zehn locks können wir das denn machen in spiegel kann man sowohl adventures machen als auch der farming und man eigentlich hast du vieles ist halt wieder eine mischung aus allen so turn turn into anne wo ist anne mein weed bleibt weed egal was weed sieht denn das aus hier überall rasen ich hasse rasen ich habe rasen schon immer gehasst ich glaube nicht dass wir irgendwas erzählen können hi anne fantastic job i it look like this life will suit you well if you need more seats you can be well people at the general store you should visit it when you get to the chance and you get the chance you seem to have a good handle on things here now i'm excited to see what you do with this place good luck see ya quest reward exploration choose bonus reward kombat mining farming farming kriegen wir immer ich gehe mal auf kombat so erstmal fett level abgegangen bei kombat alter ok visit the general store you have absolutely press the khaki 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 hose ok kombat geschwettert was haben wir denn hier alles so hier ist level eins hier draus hier als jübte mining mit anne sind wir haben ein herz mehr haben wir noch nicht kennengelernt general store visiten attacke defensive geld mana orbs tickets keine ahnung tickets halt nehmen wir noch mal ein bisschen lauter ich habe auch nichts geht doch hier exploration skill point allow the player to perform a second jumped mid air die 20 prozent extra damage on trees mach hier doppelsprung wir brauchen immer einen doppelsprung wuhu wuhu wir brauchen immer einen doppelsprung doppelsprung ist das wichtigste und wertvollste auf der ganzen welt okay okay hallo hundi inspect A good home for a good dog. Na, wo ist ein good dog? Woo! Aua, da war ein Baum. Verdammt, ging den Baum gewohnt. Okay. Ich will auch einen Hund haben. Jetzt will er ein Hund, weißt du? Hallo! It's locked. Ah. Hui, hui, hui. So, aber kann man Zeit sparen. Speed run. It's locked. Warum schließen die alle ab hier? Was hat denn die Uhr? Es ist doch erst 5 Uhr. Okay, das ist definitiv das Krankenhaus. You need to be friends with one heart to enter. Okay, ich muss erst mit dem Arzt befreundet sein, um in die Klinik zu dürfen. Cool. This looks like Fresh Bread from Liam Bakery. Now I'm hungry. Hui, hui. Oh, noch mal frisches Brot. It's looked like Fresh Bread. Warum ist hier überall frisches Brot? Quarry Farm. Das ist ja gut zu wissen. Aber der General Store. Hui, hui. Oh, das kostet ja sogar... Das kostet ja sogar... Mana. Huch. Frosch! Hai, Frosch! Da ist ja gut. Da ist ja gut. Oh, guck mal. Oh, guck mal hier. Äh, sehr... Das sind ja gut, aber nicht die gleichen wie die Real-Pets. Oh Gott, wir können glaub ich Pets haben, oder? Hallo. Hallo Katze. Na? Alles mau oder wat? Oh, guck mal. Ah, der Hund. Ah, guck mal, wir können ein Hai haben. Aber natürlich können wir ein Hai haben. Und ein Bunny. Ah, ich will den Hai haben. Der Hai ist super süß. Ich will den Hai. Hai nimm. One day all my work will pay off. Sicher. Wir wollen doch nicht in seinen Shop gucken oder sonst irgendwas. Geld, 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 Geld. Ach so, das hängt da. Ich dachte, das war zu viel Minecraft, oder? Mein Appel. Jetzt gehen wir jetzt den Appel holen. Ja, meine Äpfel. Ich klau Äpfel aus dem Dorf. Ja, das ist der General Store. Hallo. You are got to be that new nightmare people are talking about. Welcome to the General Store. Oh, wait, one second. There we go. Anyway, I'm Emmett. I work here among this place. Lots of other places. It's only until I saved up enough to buy my own house, but say, at least I'm never bored. I heard people say you are supposed to be a farmer. Well, we sell lots of seeds that could help you get started. Go on now and take a look. I'm going anywhere until 8 p.m. 3 Tage 5 Tage 5 6 Tage Dann haben wir noch Zucker Crafting Table Und eine 5 Wir haben ein ganz bisschen Geld Okay, wir sollten aber eigentlich nicht hier so was Teures, oder? Oh, guck mal, da steht sogar das Hellpreis dran. 1, 2, 3, 4, 5 Pleite Was soll er jetzt? One day My heart will So Go on und so Hat er jetzt nicht gekauft Oh doch, hat er gekauft Ich habe mich pleite gemacht Take the rest of the day to get settled in Hu 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 Ich muss mich beeilen Der Tag geht hier bald Da zählt sich zu nahe hier Hu 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 Oh, ich habe keinen Hu mehr Vielleicht habe ich ein Haar Haar Ja, ich habe ein Haar Gut, wir haben jetzt noch Äh Eins Zwei Drei Da nicht eigentlich Aber gut Eins Zwei Drei So Jetzt noch gießen Wisst ihr wie das abläuft, ne? It's just life Aufgefüllt Hu 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 Wir sehen jetzt knallhart Die beiden Äppel, oder? Ich meine, da kriegen wir 30 für Es ist 10 Uhr Wir sollten jetzt aber auch langsam ins Bett gehen Und dann, ja, werde ich mich auch erstmal verabschieden Weil ich muss gleich zur Arbeit Ha, 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 ha Gut, wir haben auch noch ein Open Ding hier Oh, guck mal, das ist alles unser Inventar Nice Lebe ich jetzt schon Dann gehe ich jetzt mal ins Bett, wa? What you'd like to sleep Nein No What you'd like to speichern, irgendwie Vielleicht sollten wir doch einfach schlafen gehen So, gute Nacht Ich schlafe voll durch die Nacht, ey Das ist das erste Mal in meinem Leben Ein wunderschöner neuer Morgen Quest haben wir keine Wir haben Geld verdient Und Ich bin jetzt raus Ich hoffe, dass der jetzt einfach mal speichert Ha, 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 ha Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt speichert Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Und ciao Tschüss Bis zum nächsten Mal